hallo und willkommen zu einer neuen Folge murder mystery heute spielen wir nicht murder mystery hier auf den hypixel server und ja dann lass mich mal gleich joinen in den classic modus so murder mystery so ich hoffe dass es startet dann gleich ich hab noch fast also ich hab noch ein paar mal erst murder mystery gespielt also jetzt bin ich noch relativ neu hier aber ich kenne das prinzip es gibt halt einen murder und ja es sollte eigentlich richtig cool sein spielen und so jetzt beginnt es gleich in 3 sekunden ist ganz so ein jump run lol ok ich bin jetzt ok ich bin innocent leider bin ich nicht ähm murder ok ich muss jetzt gold finden wer murder mystery nicht kennt ich muss praktisch gold finden mit 10 gold äh krieg ich einen bogen es gibt immer einen mörder praktisch und der muss halt alle anderen töten oh oh ok hier ist gerade einer schon gestorben ok ich brauch dringend gold oh oh die map ist auch hier richtig geil hier ist so ein typ hier ähm und es gibt auch taktiken bei dem modus dass man halt äh relativ nahe zu ein paar leuten hingeht und nachher das schwert zieht praktisch weil mörder praktisch immer ein schwert und äh muss halt die gegner töten das ist praktisch one hit deswegen muss man richtig aufpassen und by the way der mörder kann auch das okay hier ist so ein typ by the way kann man auch das äh als mörder kann man auch einen bogen haben hier genau und äh es gibt immer ein auch ein detective und ja ich kann richtig jump run machen lord da kann ich ja rein ähm ich brauche noch ein bisserl gold oh oh jetzt hat irgendeiner noch gestorben sag ich brauche noch ein bisserl gold hier by the way ähm jeden samstag und sonntag also mehr oder weniger manchmal am samstag manchmal am sonntag zumindest einmal also schaut immer vorbei stream ich nämlich hier kann man sich richtig gut verstecken hier so ich glaube wenn man ins wasser fällt man damage ne okay doch man kriegt damage okay hier kann ich hoch ich habe relativ viel damage noch mal grad was ist das da steht da 5.5 märkte kletz okay ich hab bald 10 dings ja ich bin tot jetzt immer wieder in der neuen runde neues äh neues glück so dann hoffe ich jetzt dass wir mörder sind oder detektiv detektiv muss man nicht auch richtig gut ich bin detektiv wie ich gesagt habe oh mein gott okay ähm hier habe ich eine karte auch das auch richtig cool gemacht ähm genau ich muss auch also ich habe nachher so einen stadt da kann ich die leute irgendwie identifizieren oder sowas okay ich habe 2 golds okay nice und genau einen bogen habe ich äh genau ein pfeil habe ich alle 10 dings kriege ich nämlich äh einen neuen pfeil alle 10 gold wenn ich 10 gold finde ähm so ich gehe mal hier zum tester es gibt nämlich auch so einen tester wie ein microfilm wolf ja echt cool eigentlich hier das prinzip soll vorne explodiert schon was oder wo ist das irgendwo hier ist ein tester oder gibt es den test überhaupt was ist das lord das ist so ein ball das ist so ein dings der hinter wüste rum fliegt ich habe es auch richtig cool so hier ist auch so ein zug aber hier kann man leider nicht hoch hier sind auch kackteeren kann ich mich so hinstellen wie ein fortnehmen wenn es gehen dann nehme ich der mensch nicht im kärnt der mensch wie geil okay dann habe ich noch ein bisserl gold dass ich mehr dings habe mehr ähm pfälle ich glaube noch sind keine kill okay da ist gerade eine kill worden immer wenn so ein geräusch kommt okay hier ist einer natürlich wenn ich einen falschen abschieß der nicht traitor ist er nicht mörder ist und der ist mörder ich habe verfehlt oh 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 er ist direkt hinter mir kann ich mich hier verstecken oh er ist direkt da vorne ich brauche dringend 3 gold ich brauche unbedingt jetzt 3 gold oh oh renne mir nach ich brauche 3 gold du für dich oh oh nein 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 oh mein gott er rennt direkt hinter mir ich brauche genau 3 gold damit noch einen pfeil dann könnte ich ihn töten da haben die innocence also die äh dings praktisch cornern ok er rennt mir dann nimmer nach ich brauche genau 3 gold please 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 ich brauche irgendwo gold die ist gerade entploppt ok dann steht der buy horse ok oh hier ist ein gold ein gold brauche ich noch ein einziges oh oh ich brauche genau ein gold dann kann ich aber ich kann nicht wieder anschießen wo ist er denn hier vorne ist irgendwo ist das ja das ist er hier war gerade ein gold gewesen aber der ist gerade aufgesammelt oh oh ich mach gerne ein dings ein ähm ich schreibe die schreibe schon ein kilometer also das ist der traitor also der mörder wo ist er ist er das hinter mir ich nehme gold ok kriege ich keinen pfeil ok ich habe ein pfeil das heißt ich brauche noch neun gold habe ich wieder einen pfeil wo ist der traitor hier die video einfach alle mit dem pferde rum äh oh wir haben gewonnen okay einer okay äh der mörder so jetzt haben wir einmal gewonnen der mörder wurde nämlich gekillt nice so jetzt haben wir direkt den gleichen map nochmal ich habe jetzt 12 prozent mörder chancen 2 prozent direktive chance also wenn ich glück habe dann bin ich vielleicht mörder aber ich glaube ich habe jetzt heute nicht so das glück hier ist einfach dings ok ich bin innocent äh sag ich gleich wieder gold am besten äh okay schnell den mörder wenn ich es schaffe ihn zu killen so hier wieder gold hier so ähm hier kann man einfach auf die dächer rum ähm gehen hier wieder das fenster offen ist wieder gold kill nice sogar 2 gold dann ist einfach so einer mit so einem äh wie sagt man mit so einem enten skin einfach mit so einer sonnenbrille das ist richtig cool so dann habe ich jetzt schon 6 gold guck mal auch coins dazu ok nice ok 4 minuten haben wir noch also der mörder eigentlich ich glaube wenn die zeit abbrennt dann haben wir eh gewonnen also die innocence praktisch soll ich mal wieder ein pferd kaufen so lol ich habe gleich einen bogen so ein ding ist auch ein gold hier war auch grad so ein cookie monster ok so jetzt habe ich 10 gold sah jetzt habe ich einen bogenschuss darf ich natürlich nicht zeigen weil sonst hat der mörderangst vor mir praktisch das ist hier bei cactus clear was denn das ein kacktein äh dings ich weiß das jetzt irgendwo der mörder hinter mir kommt ich wollte irgendwas explodiert die ist noch ein gold okay ähm ich glaube es hat doch keiner geschrieben der ist hat doch keiner geschrieben dass irgendwer ist dann nehme ich ja wieder das gold sah aber hier irgendwo war doch noch äh gold hier oder wo sind ein kacktein überhaupt aber kapitän ähm sagt er eigentlich kaktusse oder kaktien es gibt verschiedene leute manches kaktien manche kaktüsse ist hier drinnen warum ist er versperrt okay hier ist auch versperrt hier ist wieder gold nice da auch wieder okay folgte mich ja ja gut ich glaube der holst du das gold ich glaube nicht das mörder ist hier sind hier ist wieder einer mit pferd es gibt doch leute die verkänten sich komplett die runden und okay detective ist gerade kill worden ich frage ist wer war detective ich glaube jetzt sag ich das nicht mehr vom pferd runter hilft und ich glaube dass der ist oder ich glaube nicht dass der ist ich glaube dass der da vorne vielleicht ich weiß nicht okay der übte auch mit so einem pferd rum oh er hat tnt oder war das random grad ich weiß es nicht ich weiß es nicht dann nehme ich hier wieder das gold das heißt zwei bogenschüsse zwei bogenschüsse und ein gold noch okay ich weiß dass der ist irgendwie habe ich die vermutung dass der ist irgendwie habe ich die vermute der ist gerade zweimal bei mir vorbeigereint mit dem bogenkopf aber vielleicht das cookie monster man weiß es nicht ich glaube nicht das cookie monster ich weiß nicht wo der mörder grad ist und wo er die ganze leute killt es leben noch relativ viele so hier steht einfach wieder der enten skin der mörder okay dann sehen wir uns gleich in neuen runden 13 prozent mörder chance ich habe eine gute chance werden eigentlich ich habe ein prozent mehr kriegt das gut 14 prozent 321 jetzt geht's los so bin ich mörder ich bin innocent aber die map kenne ich relativ gut hier gibt es auch einen jump and run oder so ich hoffe ich wollte sich ein mörder killen kann oder so so als da hier so was passiert wenn man da runter fliegt ich glaube da ist man direkt so okay also die chest erklärt ich glaube da kann man nicht das ist so eine fake chest ich brauche wieder gold hier ein bisschen so dann gehe ich herunter und okay ist der und der sind es definitiv nicht kann man sich nicht auch solche potions kaufen das ist richtig cool da ist richtig viel cool drin okay aus hier mystery portion ich nehme es mal das gleich ich habe invisibility okay das ist gut ich bin unsichtbar jetzt für eine minute irgendwas das ist gut ich wäre fast runter gefallen grad dann sammle ich wieder 10 gold oh der ist es hundertprozentig hundertprozentig oder ist dadurch die beiden hier grad killt aber ich hab sorg' ich dass die ganze sich runter fliegt oh ist da irgendwo einer okay auf jeden fall ich brauche noch 9 gold nämlich für den bogen so by the way wenn ihr noch modus sei so modi auf dem high pixel server kennt den ich spielen soll schreibt es unbedingt mal in den kommentaren dann spiele ich mal die modi an okay wir haben in sie wieder okay jetzt haben wir direkt den gleiche mit noch mal ich habe jetzt zwölf prozent mörder chancen zwei prozent direkte chance also wenn ich glück habe dann bin ich vielleicht mörder aber ich glaube ich habe jetzt heute nicht so das glück sie ist einfach dings okay ich bin innocent soll ich gleich wieder golden am besten hier 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 kann man auf die dächer um gehen hier jetzt wieder das fenster offen ist wieder gold nice sogar zwei gold dann ist einfach so einer mit so wie sagt man mit so einem enten skin mit so einer sonnenbrille das ist richtig cool so dann habe ich jetzt schon sechs gold guck mal auch coins dazu okay nice vier minuten haben wir noch also der mörder eigentlich ich glaube wenn die zeit abbrennt dann haben wir eh gewonnen also die innocence praktisch soll ich mal wieder ein pferd kaufen so lord ich habe gleich einen bogen so ein ding ist auch ein gold hier war auch gerade so ein cookie monster okay so jetzt habe ich zehn gold so jetzt habe ich einen bogenschuss da habe ich natürlich nicht zeigen weil sonst hat der mörder angst vor mir praktisch das ist hier bei cactus clear was ist das 10 things ich mag es dass jetzt irgendwo der mörder hinter mir kommt vor allem was explodiert die ist auch ein gold ich glaube es hat doch keiner geschrieben der ist keiner geschrieben dass irgendwer ist dann nehme ich hier wie das gold sah aber hier irgendwo war doch noch gold hier oder wo sind ein kaktin überhaupt apropos kaktin sagte eigentlich kaktusse oder kaktin es gibt verschiedene leute manches kaktin kaktüsse was ich hier drinnen warum ist er versperrt okay hier ist auch versperrt hier ist wieder gold nice da auch wieder ok folgte mich ja gut ich glaube der holst du nicht das mörder ist hier sind hier ist wieder einem pferd es gibt auch leute die bekämpfen sich komplett die runden und ok detectives grad kühlt worden ich weiß wer war detektiv ich glaube ich würde sag ich das nicht mehr vom pferd runterhüpfen ich glaube dass der ist oder ich glaube nicht dass der ist ich glaube dass der da vorne vielleicht ich weiß nicht ok der übte auch wie zum pferde rum oh er tnt ok oder war es random grad ich weiß es nicht ich weiß es nicht dann nehme ich hier wieder das gold das heißt zwei bogenschlüsse zwei bogenschlüsse und ein gold noch ok ich habe Angst dass der ist irgendwie habe ich die vermutung dass der ist irgendwie habe ich die vermutung dass der ist irgendwie habe ich die vermutung er ist gerade zweimal bei mir vorbeigereinnt mit dem bogen gehabt vielleicht das cookie monster man weiß es nicht ich glaube nicht das cookie monster hier ich weiß nicht wo der mörder grad ist und wo er die ganze leute killt es leben noch relativ viele hier sind wir zwei drei ok ist so slimy doll verändert sich nimmt sein kopf lol wie geht denn das oder zum kopf oh der mörder ist getötet worden nice der hinten skin war das der hinten skin war einfach der mörder ok dann sehen wir uns gleich in einer neuen runde ich habe jetzt schon 13% mörderchance ich habe relativ gute chancen gerade mörder zu werden eigentlich ich habe ein prozent mehr kriegt das gut 14 prozent so 3 2 1 jetzt geht es los so bin ich mörder ich bin innocent aber die map kenne ich relativ gut hier gibt es auch einen jump and run oder so ich hoffe mal dass ich ein mörder kriegen kann oder so so hast du da hier so was passiert wenn man da runter fliegt ich glaube da ist man direkt so ok also die chest hier glaube ich glaube da kann man nicht ne das ist nur so eine fake chest ich brauche wieder gold hier ein bisschen gehe ich hier runter und ok ist der und der sind es definitiv nicht hier kann man sich nämlich auch solche potions kaufen das ist richtig cool da ist richtig viel cool drin ok was hier mystery portion ok ich nehme es mal ich habe invisibility ok das ist gut ich bin unsichtbar jetzt für eine minute irgendwas das ist gut ich wäre fast runter gefallen grad dann sammle ich wieder 10 gold oh der ist es 100% 100% oder der hat nämlich die beiden hier grad killt oh ich habe so Angst dass die ganze sich runter fliegt oh ist da irgendwo einer ok auf jeden fall ich brauche noch 9 gold nämlich für den bogen so by the way wenn ihr noch modus sei so modi auf dem high pixel server kennt den ich spielen soll schreibt es unbedingt mal in kommentare dann spiele ich mal die modi an ok wir haben inserwider gewonnen ok 16% mörder schoss das wird jetzt meine runde oder so dann mache ich ja jump run noch schnell so jetzt geht es los ok ich bin innocent das ist bissl dumm all egal kiddie web die kennen wir schon ich will jetzt mal ausprobieren was passiert wenn man einen innocent killt aber ich glaube wir haben ein band oder so ich mach mal das lieber nicht oh oh ist der mörder oh oh es liegt mir ok ich glaube nämlich das hinter mir grad einer gestorben ist das ist nicht so gut ich geh mal hier hoch hier hoch der ist der ist afk was passiert eigentlich wenn man mit einem mörder ganz zfk ist das wäre auch cool zu wissen ähm wollt ihr eigentlich mehr bild battle von mir sehen dann schreibt das auch in die kommentare und like das video oh hier hat der einfach mein gold gestohlen hier ist grad zwei gold aufploppt nice ok sieben gold noch dann habe ich wieder einen bogen ok dann haben wir sechs gold hier sind auch melonen mit dunkles gras was hier steht hier drauf das war der mörder das war's für die folge lasst ein like ein abo da um mehr über das mystery vielleicht mit dem tobs oder so zu sehen und ciao tschau